Wir haben in der Branche noch gefragt, wieso wir zu Sport Days gehen sollen. Die Vorbereitungen für die Sport Days laufen auf Hochtouren. Wir haben die Sport Days Sommer und Winter, die wir jetzt immer besucht haben, und haben sehr wertvolle Inputs mitnehmen können. Wir brauchen Kollektionen, es gibt immer wieder Neuigkeiten, die kann man an diesen Sport Days sehen. Wir sehen auch gerne unsere Vertreter, unsere Lieferanten, die wir kontaktieren können an so nötigen Tagen. Das bringt uns einen sehr grossen Mehrwert. Wir haben auch die ISPO immer besucht und waren zwei bis drei Tage in München, um unsere Lieferanten zu sehen, um ein Scouting zu machen für die Zukunft. Wir reden auch, was passiert in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Das ist die ISPO für uns sehr wichtig. Wenn wir keine ISPO haben, die wir besuchen können wie die anderen Jahre, würden wir ganz sicher die zwei Sport Days in Zürich besuchen, damit wir gut informiert sind.